Die Einführung von S4HANA steht bevor. Ein herausforderndes Projekt, denn die Umsetzung von Geschäftsprozessinnovationen mit minimalem Risiko für den laufenden Betrieb darf nicht unterschätzt werden. Um solche Projekte transparent zu steuern, gibt es Focused Build für den SAP Solution Manager. Das Tool ermöglicht Ihnen einen Jumpstart in Ihr Erweiterungs- oder Innovationsprojekt. Der vollintegrierte, toolbasierte und vorkonfigurierte Requirements-to-Deploy-Prozess bietet Workflows und Best Practices out of the box und die dazu passende agile Projektmethodik. Mit Focused Build erfassen Sie in Fit Gap Workshops Ihre Business Requirements direkt im System und direkt dort, wo Sie hingehören, nämlich am Geschäftsprozess in Ihrer Lösungsdokumentation. Anschliessend folgt die Priorisierung und das Scoping der zu implementierenden Requirements in Work Packages, bevor diese von internen oder externen Entwicklungsteams agil umgesetzt und mit dem Release- und Change Management produktiv gesetzt werden. Standardisierte Workflows stellen durchgehend sicher, dass die für die aktuelle Implementierungsphase notwendigen Dokumentationen vorhanden sind. Ein vereinfachtes Testmanagement sowie eine automatisierte Testplanung garantiert eine hohe Qualität für Ihr Projekt. Der Test-Step-Designer ermöglicht klare und reproduzierbare Testabläufe und stellt diese für den Tester übersichtlicher denn je dar. In Echtzeit haben Sie mit dem Solution Readiness Dashboard zu jeder Zeit die vollständige Transparenz und Kontrolle über Ihr Projekt. Somit können Sie eingreifen, bevor es zu Problemen kommt. Kurz, mit Focused Build verhelfen Sie der Einführung von S4HANA zum Erfolg. Agil und effizient. Und auch im Betrieb von S4HANA und bei der Einführung von zukünftigen Erweiterungen und Innovationen minimieren Sie mit Focused Build das Risiko für den laufenden Betrieb. Denn nie waren Ihre Geschäftsprozesse besser dokumentiert. Wir bei BlueWorks haben als Focused Solution Circle Member Focused Build bereits erfolgreich implementiert und unsere Kunden als Experten begleitet. Profitieren Sie von unserem Know-how für eine reibungslose Focused Build-Integration. Weitere Informationen finden Sie unter www.blue.works.focused-build.